In dieser Folge Satisfactory kommen wir dem Geheimnis des Krateriums auf die Spur. Anlage B wird geplant, Anlage C wird gedeckelt und wir verpesten weiter schön die Luft. Also Leute, macht es euch gemütlich, atmet tief ein. Okay, ich höre schon auf zu singen, keine Sorge, hey how. Ich bin der Vorbuddler vom Minenarbeit Kanal auf YouTube. Und ich spiele hier wieder eine Runde, verfriedigend für euch, mit euch möglichst, bleibt schön dabei. Vielen Dank übrigens auch fürs Einschalten und überhaupt mal wieder der Dank an euch für die Unterstützung bei dieser Staffel. Die ja für viele von euch vielleicht auch Liebe auf den zweiten Blick war. Ich verstehe das manchmal gar nicht so wirklich. Ich suche hier gerade mal eine Stelle, Moment jetzt gucken wir mal, haben wir noch Beton dabei? Ne, Beton haben wir, doch Beton haben wir noch dabei, aber ja gut, da mache ich die Reihe mal eben komplett. Kommt, Kinders, eins nach dem anderen, nicht so durcheinander direkt wieder. Ich wollte hier nur kurz die Reihe draufsetzen. Silberne Wand, wir sprachen schon davon. Und dann suche ich da oben einen Ausgang. Ja, und die Liebe auf den zweiten Blick, die verstehe ich nicht so wirklich. Ich weiß nicht Leute, lebt ihr unterm Stein oder was ist los? Ne, Satisfactory hatte ich wirklich schon, bevor es in den Early Access kam, mehr als ein Jahr auf dem Schirm. Ich habe mich damals, ich weiß nicht, im Frühjahr 2018 muss das irgendwo gewesen sein oder irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, ja tralala, tatsächlich, ja, eine blöde Stelle hier jetzt, um rauszukommen. Moment, dann müssen wir erstmal, ja, das ist doch wie so ein Hügel im Weg. Komm, machen wir hier, hier vielleicht. Dann betonieren wir hier alles voll und dann ist das gut. Ne, pass mal auf, das war im Frühjahr 2018, glaube ich. War das die E3-Messe oder so in Amerika? Ich weiß das nicht mehr, ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall, bei irgendeiner Veranstaltung, habe ich von Satisfactory gehört, die ersten Bilder gesehen, das Konzept erfahren und war sofort Feuer und Flammen. Ich habe mir sofort ohne jegliches Zögern aufgeschrieben, als das Spiel für uns Minenarbeiter. So, für alle, die sich für Maschinen, für Abläufe, Wirtschaftssimulation, für Aufbausimulation, Open World, Minecraft, alles interessieren. Das ist ein absolut geniales Spiel, ne, und war für mich gar keine Frage. Ich habe dann auch wirklich die Entwicklung, wo ist meine Farbpistole, Pistole, Pastole. So, was habe ich denn gerade eigentlich drauf? Ich glaube, öh, wo sind denn meine ganzen, ah nein. Nein, nein, na pass auf, dann schenken wir uns das, das ist nämlich langwierig. Es ist gerade hier ein Update rausgekommen, bevor ich diese, ich wollte die Folge starten und fahre das Spiel hoch und musste dann erstmal eine halbe Stunde warten, weil so ein Update gerade rauskam. Und ja, jetzt sind offenbar die ganzen Pattern resettet worden. Sehr schade, ich hatte schon drei richtig schöne und es gibt leider auch keine Pipette, wo man sich das jetzt irgendwie so abgreifen kann, hier wieder. Also muss ich das alles neu einstellen, sowas Blödes. Das kann aber auch gar nicht sein. Wo ist denn dann jetzt hier bitte meine Farbe? Welches ist denn jetzt hier mein Pattern? Das sieht man ja hier überhaupt nicht mehr. Ach, Kinders, ja okay, das ist aber jetzt auch nicht so tragisch, weil ja, ein bisschen ärgerlich ist es schon. Da war viel Arbeit, das alles zu lackieren. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass mir das verloren geht, ich das alles nochmal machen muss. Aber pass mal auf, jetzt kommen wir hier erstmal so eine Tür rein. So. Und wo haben wir hier ein Stromkabel? Hier vorne. Dann setze ich hier so ein Fenster ein. Ja, aber dieses Spiel, das war für mich überhaupt kein... Ich dachte, das kennt jeder, das muss jeder... Es wurde auch total gehypt, Leute. Also wirklich, auf Twitch war das einige Tage lang immer noch Nummer 1 unter den ganzen Pro-Streamern und so. Es ging richtig ab. Aber auf meinem Kanal habe ich oft gehört, so, ja, ach, kenne ich gar nicht. Ja, ist ja ein ganz nettes Spiel. So, hä? Hallo? Bitte mal aufwachen. Also, für mich ist das jetzt schon, also, seitdem ich das erste Mal gespielt habe, schon das beste Spiel im Jahr 2019. Ne, also... Allein, weil man hier so tolle Stromkabel ziehen kann durch die ganze Natur. Was mache ich überhaupt hier? Ja, könnt ihr euch nicht erinnern, Leute. Habt ihr wieder nicht aufgepasst? Ich muss heute wirklich mal ein bisschen mit euch meckern. Ihr Schlafmützigen. Äh, nein, alles gut. Ich hab euch lieb. Ja, alles gut. Ne, aber wir haben hier oben einen Wrack stehen. Das hab ich auch lieb. Und da wollte ich mal Strom anschließen, um das öffnen zu können, denn wir kriegen eine Belohnung. Wir haben das bei der letzten Folge schon gemacht und ich habe auch inzwischen von der Ma'am das Ergebnis bekommen. Wir kriegen da so, ja, so Alternativrezepte, von denen ich jetzt noch nicht weiß, ob ich sie jetzt im Moment im Spiel schon überhaupt gebrauchen kann. So, jetzt haben wir Schluchung angeschlossen. Öffnen wir das Teil auch nochmal. Ja, ja, ja. So, da sind Festplatten drin mit wichtigen Informationen und den Summs, den reiß ich wieder ab. Das ist ja hässlich hier draußen, solche Stromkabel stehen zu haben, so. Dann kann ich da eigentlich auch die Fabrik wieder zumachen, aber das kann ich jetzt auch so lassen. Ist auch egal, haben wir mal auch ein bisschen Tageslicht da drin. Denn da soll jetzt ja auch noch ein Deckel drauf auf die Fabrikhalle. Oh, das mit den Farben finde ich jetzt echt doof. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das jetzt hier wirklich, ist echt weg, ne? Die ist, glaube ich, noch so... Nee, das sind alles wieder die normalen Farben. Das ist die Standardfarbe. Und ich habe das zweite und dritte Pattern immer benutzt. Ah, wenn ich mir Mühe gebe, fallen mir wahrscheinlich die Farbwerte nochmal ein. So, aber das Teil legen wir jetzt weg, damit wir uns da gar nicht mehr mit befassen müssen. Und können dann mal anfangen, hier oben schon mal ein Dach drauf zu tun. Und einen Deckel drauf, wie ich auch mal sag. Und dann werden wir auch zur Memma rüber und gucken, äh, ich bin gerade noch dabei, dieses Katerium zu erforschen. Das haben wir in der letzten Folge auch aufgetrieben durch einen Zufall. Aber diese Zufälle, die passieren immer. Und wenn man sich mal vor die Tür traut. Was wir ja lange nicht machen konnten. Ups, das läuft ja jedenfalls ganz geschmeidig. Also, ich habe auch letzte Nacht mal das Spiel durchlaufen lassen, damit sich die Kisten etwas füllen. Das kann man Gott sei Dank in dem Spiel hier gut machen. Kann man einfach Escape drücken. Und in diesem Menü kann man das einfach... Läuft das Spiel weiter. Und man kann dann einfach... Die Maus ist frei und kann alles mögliche andere machen. Alles kein Problem. Und es wie gesagt eben auch laufen lassen. Mal über Nacht. Können wir kurz reinschauen. Das ist ja sehr langwierig. Aber hier ist schon gut voll. In unserer Abgreifkiste wohlgemerkt nur. Das heißt, die Lagerboxen füllen sich jetzt auch so entsprechend. Rotoren und sogar auch diese Frames. Allerdings immer sehr wenig. Da sind ja immer nur 50 in einem Slot. Aber egal. Was wollte man machen? Ja, hier vorne. Die Ma'am. Ist sie fertig? Sie ist fertig mit der Caterium-Analyse. Prima. Kinders. Was ist denn das jetzt? Turbodraht. Neue Technologien haben sich auf diesem neuen Element entwickelt. Zuerst in Kraft und Elektronik. Und kann jetzt in Hub Tier 3. Okay. Turbodraht. 100 Stück zum Erforschen. Wow. Ja, cool. Haben wir hier vielleicht zufällig noch was? Seht ihr? Das ist total wichtig, dass man das macht. Und oft findet man wirklich nur beim Rumstolpern draußen durchs Buschwerk. Irgendwie beim Blinden umhertrotteln. Irgendwelche Sachen, die verdächtig aussehen. Und das können wir auch mal eben erledigen. Schon vorbereitet wieder. Zack. Logistikmod. Turbodraht 3. Jetzt endlich bald sind wir ganz durch mit dem Zeug, was ich erstmal hier habe. Ja. Noch schnellere Förderbände. So. Und in Tier 3 haben wir hier tatsächlich die Caterium-Technologie. Wow. Okay. Oh. 5 Inventarslots, Caterium-Barren, Turbodraht, Strommast, 2 Sprungstelzen. Boah. Boah. Ja super. Das brauchen wir wirklich. Das ist auch nicht so teuer. Das können wir sofort machen. Wenn der zurückkommt. Wenn der zurückkommt. Okay. In der Zeit werde ich das vorbereiten. Hahaha. Das ist ja gut. Caterium. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wollte heute eigentlich Anlage B bauen. Gut. Machen wir das beim nächsten Mal, Kinders. Ne. Wir fahren jetzt erstmal raus. Noch ein bisschen durch die Gegend trotteln. Und. Mal sehen, ob ihr euch daran erinnert. Kennt ihr den Weg noch? Zum Caterium-Vorkommen, wo wir das gefunden haben beim letzten Mal. Klar, wir fahren bisher immer hier raus. Das ist schon mal ganz einfach. Wir müssen dringend auch mal auf die andere Seite, wo ich schon mal einen Ausflug gemacht habe. Da finden wir auch nochmal gute Sachen. Aber als am anderen. Das überschlägt sich hier immer alles. Man hat so viel zu tun. Das ist herrlich. Echt. Manchmal macht man eine Pause und schaut sich einfach mal eine halbe Stunde so eine Maschine an, wie die arbeitet. Das ist wunderschön. Sehr beruhigend. Na, wisst ihr, wo es lang geht? Ja, genau. Hier rechts lang. Alles mehr oder weniger um die Ecke. Ganz einfach. Wenn man den Weg kennt. Hier an dem Unheult da vorne. Ja, da müssen wir uns irgendwie vorbeischleiten. Ja, der ist immer in der Höhle. Ich glaube, er macht uns jetzt kein Problem, wenn wir hier langfahren. Aber das möchte ich jetzt vorbereiten. Dass wir da schon mal eine Mine draufstellen und einen Container. Irgendwie da noch Stromanschluss ziehen. Und dann irgendwie kann ich mal gucken, dass ich das Förderband nach Hause bekomme. So, jetzt geht es hier links den Hang hoch. Wo war das? Hier. Schöne Gegend hier. Ja, pass auf. Bleib du mal ruhig hier stehen. Dass du mir nicht im Weg rum stehst. So, das hol ich mir das Bärchen. Muss ja sein. Dann wird noch etwas planiert. So, und dann stehen wir hier vorne. Nehme ich auf jeden Fall mal. Was ist unsere Richtung? Wo ist unsere Base? Da hinten. Ja, klar. Wo ist unsere Base? Okay, sieht man ja doch sehr deutlich. Den brauchen wir auch demnächst wieder. Den müssen wir bestücken, um weitere Tears freizuschalten. Ich denke mal, so ist die Richtung ganz nett. Und dann werden wir hier vorher noch einen schönen Container stellen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, große Lagercontainer zu bauen. Das sind diese hier. Allerdings, seht ihr, sind sehr teuer. Da brauchen wir diese Stahlträger und Stahlrohre für. Das musste ich jetzt alles noch von Hand craften. Habe ich jetzt auf die Schnelle keine Lust drauf gehabt. Machen wir dann später noch, auf jeden Fall. Das ist sowieso jetzt das Nächste, was kommt. Die Stahlproduktion. Und dafür eben Anlage B. Ich denke mal, das ist jetzt hier noch völlig egal, wie wir den hinstellen. Das mache ich zwar ungern. Ihr merkt das. Mein Zögern im Handeln. Ich möchte hier immer alles direkt schön haben, aber man kann nicht alles haben. So, pass auf. Der wird dann schon mal bestückt. Äh, warum hänge ich denn hier so fest? Was ist denn hier überhaupt? Und ich kann euch auch noch eines verraten. Ich habe mir inzwischen so einen kleinen Echsenhund gezähmt. Ich weiß jetzt, wie das geht. Und ja, auch mit den Bären, wie ich schon vermutet hatte. Das ist hier. Ach, wir sind oberhalb unserer Kohlemine, oder was? Moment mal. Ja, klar, da ist die Kohlemine. Ja, genau. Ach, so seitlich darüber sind wir. Ah, super hier. Ah, so kommt man also nach oben. Das ist ja gut zu wissen. Ah, ja, okay. Dann können wir im Grunde da hinten mit dem Fließband lang. Ja, man muss die, so eine Beere muss man auf den Boden werfen. Und dann den Echsenhund, ja, wenn der in der Nähe ist. Oh, hier komme ich nicht vorbei. Okay, da müssen wir doch, da müssen wir doch hier lang. Wenn der Echsenhund dann in der Nähe rumschleicht, wird der sich nähern. Und sobald er die Beere genommen hat, kann man ihn auch nochmal anfassen. Und dann ist der gezähmt. Und das ist ziemlich lustig. Der rennt einem immer hinterher. Aber ich habe ihn abgehängt. Ist das da vorne eine Schnecke? Das ist da vorne eine Schnecke. Ja, super. Pass mal auf. Jetzt pass aber auch mal auf. Jetzt laufen wir nämlich einfach über das Fließband darunter. Und dann schnappen wir uns die. Wollt ihr sowieso hin? Und ihr wisst ja, die Minenarbeiter Maxime Nummer 2 ist das, ne? Beim Schnecken, bei der Sichtung von einer Schnecke sofort alles stehen und liegen lassen. So, jetzt wird es aber echt hoch hier, glaube ich. Dann versuche ich mal hier schon mal leicht etwas an Höhe wegzunehmen. Mal schauen, ob es klappt. Ja, das klappt gerade noch. Und dann setzen wir da unten mal irgendwie einen Fördermast hin. Aber ihn kann ich jetzt nicht erkennen. Eilt er jetzt auch nicht so. Strom ist sowieso wichtiger. Sollten wir erstmal den Strom machen. Auch in die Richtung weg. Müssen wir auch nicht so weit. Können wir direkt da unten anschließen. Stell ich mal schön an den Rand. So, und jetzt fangen wir mal nach unten. Und ich denke mal von unten. Oh, da ist schon wieder ne Schnecke. Gibt's doch nicht. So mache ich das. Vielleicht kann ich mir jetzt hier sogar ne Rampe drauf bauen. Schauen wir mal, ob ich genug Material habe. Dreißen wir alles später wieder ab. So, was für Aufwand für so ne komische Schnecke. Aber die sind sehr praktisch. Ich habe auch schon mit rumgespielt jetzt. Um 100% Effizienz rauszuschlagen. Aus meinen Manufaktoren. Komm. Wie das mit der Effizienz zu machen ist, werden wir uns dann auch später nochmal angucken. Ist jetzt nicht so nötig. Jetzt werden wir erstmal dieses Projekt hier beenden. Und die Katerium-Mine ans Laufen bringen. So, und hier ungefähr müsste es sein. Hier kann ich glaube ich mal parken. Oha. Ja. Ich habe nochmal was entdeckt. Das ist aber glaube ich nur Kalkstein. Schwefel. Schwefel, Kinders. Wir haben schon wieder was entdeckt. Das ist doch nicht die... Das ist ja Wahnsinn. Schwefel. Okay, das reicht vielleicht auch erstmal, um es zu untersuchen. Das war auch irgendwie alles. Aber wie vorherragend ist das denn? Ungültiges Ziel. Warum? Vielleicht bis hier irgendwo auf den Stein darunter. Oha, ja, 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 ja. Hier muss ich ganz schön, ganz schön fummeln. Das ist mir auch gerade nicht so geheuer. Ich werde mich mal lieber bewaffeln. Gucke ich, ob ich hier mal auf diesen Felsen komme. Jux. Hier rauf irgendwie. Das ist schon unheimlich hier. Ja, hier komme ich, ach, hier komme ich natürlich nicht wirklich. Pass auf, ich versuche mal das Förderband da oben anzubringen. Oh, Sonne, danke. Okay, so geht es nicht. Das ist aber jetzt auch kein weiteres Problem. Wir wollen das ja eh nur zum Sammeln erstmal haben. Ich denke ja, mit dem Strom komme ich eher mal hier runter. Na also. Dann kann man nämlich das Ding schon mal anschließen. Und damit läuft die Schose schon mal. So, da müsste dann da oben die Mine die Arbeit aufnehmen. Ich denke mal schon, dass das kein Problem ist. Um das Förderband werde ich mich da in Ruhe kümmern. Kein Problem. Jedenfalls können wir jetzt schon mal das Lager da oben verlaufen lassen. Und haben dann schon mal etwas Reserve. Wir fahren jetzt allerdings natürlich sofort zurück. Und erforschen Schwefel. Das habe ich mir aber gedacht. Schwefel ist nämlich hier noch gar nicht verzeichnet. Das bedeutet, dass das wahrscheinlich noch nicht wirklich im Spiel integriert ist. Das habe ich mir schon gedacht. Gut, dann kommt es in meine gute Kiste. Mit den besonderen Materialien und wichtigen Dingen. Hier ist zum Beispiel noch immer etwas, diese Kieselsäure. Die ich auch dauernd finde. Aber noch nicht gebrauchen kann. Die hat noch nicht mal ein Bild im Moment. Wer weiß ja nicht, wann ihr diese Folge seht. Ob es dann inzwischen wieder das nächste Content Upgrade gab. Ist auch egal. Das stört uns ja gar nicht. Ah, Moment, Moment. Was nicht egal ist. Es ist natürlich hier die neue Festplatte, die wir gefunden haben. Direkt mal wieder in die MAM. Dann erstmal mal hier auswählen. So. Und los geht's. Und dann seht es euch bitte noch einmal an. Ein letztes Mal. Dieses kleine Wäldchen hier. Das muss jetzt endgültig weichen. Jetzt ist es soweit. Endlich darf ich wieder zuschlagen. Und es platt machen. Denn hier soll die Anlage B mit der Stahlproduktion entstehen. Und da ist das ganze Salatzeug wirklich nur im Weg. Das kommt alles sehr schön oben in unseren Bioreaktor. Beziehungsweise in die Kisten. Wo dann da Biosprit hergestellt wird. Im Moment stockt da die Produktion. Beziehungsweise ist völlig zum Erliegen gekommen. Weil wir überhaupt keinen Sprit mehr verbrauchen. Das bisschen was der Trecker so frisst. Macht den Beraten nicht fett. Ja und ich werde jetzt hier mal richtig schön wieder in den Sonnenuntergang reinarbeiten Leute. Wenn es euch Spaß gemacht hat heute. Dann könnt ihr mal bitte auf den Like Button hauen. Über Kommentare freue ich mich auch immer. Schaltet beim nächsten Mal vor allem auch wieder ein. Und falls ihr neu bist. Dann kaboniere den Abonnal. Dann kannst du beim nächsten Mal fröhlich weitergehen. mit mir, dem Vorbootler und seinem besten Freund, der Motorsegel. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, viel Spaß noch. Und lasst euch auch keine Angst einjagen. Bis zum nächsten Mal.